Wir wollen uns wohlmeinende Kindergärtnerinnen zu unserem Glück zwingen wollen. Rauchverbot, Kimpo Limit, Ladenschluss, Bürokratie in der Wirtschaft, Bürokratie im privaten Leben. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind stolze Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen Verantwortung für uns und andere übernehmen. Wir wollen nicht von Grünen und Sozialdemokraten gewissermaßen in Schutzhaft genommen werden. Wir wollen unser Leben in Freiheit führen und wir wollen, dass andere genauso wie wir ihr Leben in Freiheit führen können. Das ist der Auftrag der Freien Demokratischen Partei, die Politik auf Verhältnismäßigkeit zu prüfen und die Freiheit der Frieden zu schützen vor der Beformung und den Frieden. Liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Freunde. Das ist ein starkes, toleranter.